Luziferne wichst, jeden Morgen, wegen Hodenkrebs und andere Sorgen. Gott ist nur ein Härte, wir die seine Schafe, bitte wecke auf, die immer noch schlafen. Gerade aus der Höhle raus und rein in digitale Medien. Ein bunter Moleküle, Quark gehen und Chemikalien. Du gehst damit duschen, dann baden Fische drin. Und nachts leuchten Fische, farbenfroh, dank Chemikalien ist das heute so. Und wenn man Hunger hat, fährt man in den Supermarkt und findet Gehen getarnt im frischen Felssalat. In allen Aromen, Farben und Formen, damit es geschmacklich wird, gibt es eine E-Norm. Das ist eine Gift- und Linie, an die sich keiner hält, also lass es dir gut schmecken in der genfrischierten Welt. Nichts ist vergiftet, alles darfst du essen, nur die Muttermilch, die kannst du vergessen. Dafür wird Babynahrung homogenisiert und frische Bioprodukte so geriert. Und Luziferne wichst, jeden Morgen, wegen Hodenkrebs und andere Sorgen. Ja Gott ist nur ein Härte, wir die seine Schafe, bitte wecke auf, die immer noch schlafen. Gerade aus der Höhle raus und rein in digitale Medien. Eine Knopfdruckwelt, hier ist alles digital, also mach es dir bequem und relax einmal. Mach dir mal keinen Kopf und schone diesen Napsen, denn Bilder, Gebitter, bring kein Blitze zum Platzen. Und kannst du's nicht verkraften, gibt es Alkohol und sagst jawohl und findest alles toll. Erst musst du lachen, dann wirst du melancholisch, hinterfragst die Sachen, findest alles etwas komisch. Überlegst nicht lange und gehst ganz logisch, an die Sache ran, willst ja wissen, was da los ist. Und mit klarem Blick, frei auf die Matrix, checkst und entdeckst du, da ist da rein gar nix. Nupi, USB, Verbund, ein Hirn im Mikro-Glas, stelle deine Frage, Google, wie, warum, wer war's? Und Luzifat, der wichst, jeden Morgen, wegen Hodenkrebs und anderer Sorgen. Ja, Gott ist nur ein Herde, doch wen ist eine Schafe? Bitte wecke auf, wir immer noch schlafen. Ja, moin! Erstmal checken, was Facebook macht. Gerade aus der Höhle raus und rein in digitale Medien. Ja, ich, kleiner Mann mit Keule und Fellumhang, glaubte, den Seemannsgarn vom Weltuntergang. Denn erst wird das Herz getroffen, dann das Sensor fickt, durch die Bilder, Blitze, die man durch das Kabel schickt. Doch ich, kleiner Mann, ich hab das gecheckt, denn ich hinterfrag die Dinge und was dahinter steckt. Ja, ich habe es kapiert, wie einfach man das Tier, Mensch, dressiert, wie das funktioniert. Ja, lass mich erklären, ein Exempel statuieren anhand eines Bären. Denn ein tanzender Bär, so fröhlich in Musik, schickt Maulkorb und kennt das Prinzip. Er tanzt nach der Pfeife, denn Geld ist im Zweck. Die Pfeife, Bärreiche und der Bär liegt im Dreck. Ich hoffe, du kannst es jetzt verstehen, denn das Spiel mit der Macht ist das Angstsystem. Und Lucifer, der wächst jeden Morgen wegen Hohlenkrebs und anderer Sorgen. Ja, Gott ist nur ein Hirte, doch wenig seine Schafe. Bitte wecke auf, die immer noch schlafen.